Schauspielerin zu werden. Diesen Berufswunsch, den ich ganz selbstverständlich hatte, wagen wahrscheinlich viele syrische Mädchen gar nicht erst auszusprechen. Für solche Träume gibt es auf der Flucht keinen Platz. Da geht es in erster Linie darum, das Überleben der Familie zu sichern. Mit den Spenden für ein Schal fürs Leben unterstützt Save the Children Familien mit Bargeld, damit sie ihre Kinder zur Schule und nicht zur Arbeit schicken müssen. Ich finde das eine sinnvolle, wertvolle Spende und bitte euch mitzumachen.